Gut, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Fortuna Köln gegen Jahn Regensburg. Endstand 2 zu 2. Das Spiel heute sahen 1498 Zuschauer. Ich darf beide Trainer begrüßen und würde den Gast Heiko Herrlich um den Statement bitten. Ja, beim Hinspiel habe ich in der Pressekonferenz gesagt, nach dem späten Ausgleichstreffer für uns, dass es sich anfühlt wie ein Sieg. Heute fühlt sich das späte 2 zu 2 an für uns wie eine Niederlage nach dem Spielverlauf. Ich denke, wir haben zu Recht 2 zu 0 geführt, haben viel fürs Spiel getan, haben eigentlich phasenweise dominiert. Fortuna Köln ist immer wieder gefährlich geworden durch Konter, die haben eigentlich meistens gut verteidigt und so relativ wenig zugelassen. Wenn mir einer vor dem Spiel gesagt hat, dass wir einen Punkt mitnehmen, dann hätte ich sofort eingeschlagen, weil ich Fortuna Köln als sehr starke Mannschaft sehe. Vor dem 2 zu 1 hat sich schon angedeutet, in der einen oder anderen Situation, dass wir fast darum betteln, noch einen Gegentreffer zu bekommen. Dann kam die schwere Verletzung von Markus Zieheis und die Unterbrechung hat uns nicht gut getan. Wir haben hinterher keine Spannung mehr aufbringen können und die letzten Minuten auch nicht mehr hinten rausgespielt, sondern die beiden Ecken mehr oder weniger verdient und dann auch die Standardsituation nicht gut verteidigt. Und so geht so ein Spiel halt dann 2 zu 2 aus. Danke Herr Herrlich. Dann Uwe, dein Statement? Ja, Heiko, natürlich will ich zuallererst beste Wünsche dem Spieler mitgeben, der sich schwer verletzt hat. Ich hoffe, das geht glimpflich aus und kannst schnellstmöglich auf den Spieler wieder zurückgreifen. Das ist natürlich schon auch eine tragische Situation. Am Ende muss man sagen, möglicherweise war das für uns heute. So komisch sich das anhört, vielleicht die entscheidende Situation, weil ich durch diese sehr, sehr lange Unterbrechung zum einen einfach nochmal die Möglichkeit hatte, ein Stück weit Einfluss auf die Mannschaft zu nehmen und sie zumindest nochmal anzutreiben und auch ein paar taktische Dinge nochmal zu justieren. Zum zweiten ist es natürlich so, dass möglicherweise auch so ein Stück weit Spannung beim Gegner abgefallen ist. Ich muss auch sagen, dass ich Regensburg als sehr, sehr kompakt, sehr, sehr spielstark heute wahrgenommen habe. Und dass es von Anfang an schon klar war, dass diese Mannschaft natürlich vollgepumpt mit Selbstvertrauen und viel individueller Qualität, aber auch eine sehr, sehr klare Idee schon auch Vorteile haben kann. Was wir heute nicht geschafft haben, ist die aus meiner Sicht schon vorhandene körperliche Dominanz in den ersten 85 Minuten wirklich gewinnbringend auf den Platz zu bringen. Gott sei Dank hat es dann in der Nachspielzeit und in dieser letzten Phase funktioniert, wo wir am Ende dann eben aus zwei seitlichen Standardsituationen zumindest diese Domäne, die wir durchaus haben, Luftduelle für uns nutzen konnten. Am Ende ist es so, dass ich glaube ich auf der einen Seite fachlich sagen muss, dass wir auch heute wieder schon einige Defizite auf dem Platz hatten. Daran sieht man, dass wir schon auch eine Mannschaft sind, die sehr, sehr stark davon abhängig ist, dass gewisse Selbstverständlichkeiten in einen einheitlichen Rhythmus fließen. Das gelingt uns derzeit nicht so gut, weil wir gerade in der letzten Linie viele, viele Zweikämpfe nicht so aktiv gewinnen können, wie wir das in unserer guten Phase getan haben. Weil wir in unserem Konterspiel das durchaus heute das ein oder andere Mal auch wirklich zu gefährlichen Aktionen geführt hat, aber dann eben nicht die richtige Entscheidung treffen. Ich spreche da vor allen Dingen Kauli in der ersten Halbzeit an, der zweimal in aussichtsreichen Positionen eben Verantwortung übernehmen will über den Abschluss, statt irgendwo den besseren Partner zu suchen. Solche Momente benötigen wir eben aktuell mal, um in Führung zu gehen. Und mit einem Rückstand, das ist klar, spricht die Statistik sehr gegen uns. Das ist in den Köpfen der Jungs. Und da merkt man dann natürlich schon, dass sehr, sehr wichtige Führungsspiele uns einfach fehlen, die der Mannschaft in solchen Phasen vielleicht Halt geben könnten. Auf der anderen Seite hoffe ich sehr, dass wir jetzt in dieser Phase einfach einen moralischen Punkt irgendwo sichern konnten. Am Ende hilft der mit Sicherheit aufgrund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Und ja, das habe ich am Dienstag vor dem Pokalspiel gesagt, wir müssen mit Sicherheit in kleinen Schritten wieder in die richtige Richtung gehen. Wenn wir bedenken, dass wir einen ganz, ganz großen Teil der Saison eigentlich vor so einer sehr starken Mannschaft wie Regensburg stehen konnten, dann sieht man, was in dieser Liga möglich ist. Und das wird ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit. Aber ich glaube, mit diesen letzten fünf Minuten habe ich zumindest eine Basis, an der ich die Mannschaft für die kommenden Wochen packen kann. Und das wird ein wichtiger Faktor sein. Denn von außen wird uns derzeit keine Qualität zugeführt. Die Spieler sind noch länger verletzt und werden uns zumindest mittelbar jetzt nicht helfen können. Vielen Dank. Danke, Uwe. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Christian? Herr Herrlich, man hat nicht gesehen, was bei einem Ziereich passiert ist? Der Arm? Brocken? Oder was? Schwere Ellenbogenverletzung. In Details kann ich jetzt nicht sagen, dass die Mediziner genau feststellen. Und an Uwe, was hast du der Mannschaft, der nochmal unterbrechend gesagt hat, haben wir uns verahnen, den Sattelkin Bada zu dir nochmal gerufen? Ja, mir ging es vor allen Dingen darum, dass wir unsere taktische Formation einfach mit einem größeren Risiko aufstellen. Sprich, ich habe versucht, der Mannschaft mitzugeben, dass die beiden Außenverteidiger Engelmann und Quame mit jedem eigenen Angriff, und es ging am Ende ja nur noch darum, irgendwo lange Bälle vorne festzumachen und sich in die Hälfte des Gegners einzugraben, dass wir die Situation nutzen, um beide Außenverteidiger diagonal nach vorne zu schieben. Natürlich mit dem großen Risiko, dass du in der letzten Linie unheimlich viel Raum zu verteidigen hast, aber da ging es ja dann nur noch darum, irgendwo an Feinheiten vielleicht etwas festzumachen, den Ball zu gewinnen, der, wenn du ihn nicht gewinnst, dann möglicherweise dafür sorgt, dass du wahnsinnig lange hinterherläufst und irgendwo diese zweite Welle nicht initiieren kannst. Darüber hinaus war es so, dass ich dann Lars und Cassie gesagt habe auf den Flügeln, dass sie wirklich isoliert, also alleine am Flügel spielen sollen, dass es wirklich nur noch darum geht, in diesem Trichter irgendwo vor den beiden gegnerischen Innenverteidigern Spieler in einer hohen Zahl zu gruppieren und vor allen Dingen dann Damani als Zielspieler zu nutzen, um gar nicht mal selbst Bälle festzumachen, sondern irgendwo diese herunterfallenden Bälle zu nutzen. Das hat zumindest in der Situation, als das Pazurek dann den Freistoß rausholt, ganz gut funktioniert, weil eigentlich war das ja schon eine abgewählte Situation, aber er setzt in diesem Trichter nach, will schießen, wird irgendwo gefoult und aus diesem Freistoß, den Penke sehr, sehr gut hält, resultiert ja dann auch das Eckballtor. Insofern nochmal, es war so eine kleine Möglichkeit, um etwas zu justieren, aber ich bin jetzt natürlich um Gottes Willen ganz, ganz beleckt davon zu sagen, da haben wir jetzt ganz, ganz viele taktische Kniffe auf den Platz gebracht, um das Ergebnis noch irgendwo rumzubringen. Aber es war zumindest nochmal eine Chance, Einfluss zu nehmen, die du bei einem normalen Spiel und ganz kurzen Unterbrechungen ja so in dem Maße nicht hast. Gibt es weitere Fragen? Sehe ich nicht mehr, dann vielen Dank für das Interesse und dem Kollegen Cias, gute Besserung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.